hi 18 booster zwei pokémon und eine runde ebay cash king hallo hallo maurice haben wir mal wieder zeit für ebay cash king hier seht ihr die 18 booster fein säuberlich aufgetürmt und durcheinander sortiert und da du immer vergisst den code einzuhalten hier fange ich mal wieder an ja da wollte schon zur seite machen das ist von dir ebay cash king willst du noch mal kurz erklären während ich hier die karten runter ich meine das normale format cash king ist bekannt haben jetzt auch schon des öfteren gebracht bei uns auf dem kanal und wir haben uns aber gedacht wir machen da ebay cash king draus und zwar heißt es wir ziehen die karte und bieten diese auf ebay an und schauen was wir da an einen realistischen preis erzielen können weil card market ist zwar schon so ein richtungsgeber aber unserer meinung nach nicht absolut weil der wie soll ich sagen der preis auf ebay ist da echt wow duren gart ist da echt eine gute referenz bei card market wenn du dir deine karten anbietest ja kannst du ja deine preisvorstellung eingeben wo hast du die sleeves hingelegt dort sind sie doch nein die dreck sleeves meinst du die hattest du ich hatte die nicht und jetzt guck ich mal wo sie sind schlecht vorbereitet wisst ihr haha petra fuck dann gibt es halt keine sleeves meine leute schmeißen wir die jetzt einfach auf eine seite oder es ja natürlich natürlich machen wir das auf eine seite aber ich gucke jetzt trotzdem die ganze zeit zu und wo die sleeves liegen mach du mal das mach mal ja weil rein theoretisch wenn ich sie gehabt hätte dann müsste ich auch wissen wo sie sind porscher okay man es das sind glaube ich andere das sind die side sleeves mein lieber aber die kann man auch nehmen nehmen wir einfach die da oder ah ja ok da wo du das draufstellen hast ja genau wo du es hingelegt hast ja ok ah ja ok wir haben sie viel denn manche leute machen sowas vor dem video wir machen es einfach während dem bisschen authentischer aber stört auch keinen ähm weißt du das problem ist halt dass einfach du bist ja muss ich jetzt piepsen aber weiß ich gar nicht haha ding 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 double hit ok aber egal der reicht mir oh mann jetzt liege ich doch schon wieder ein zwani ich glaube das ist der zwani zurück Mensch beliebteste nee celiby ist der beliebteste ja dann egal zweite und weißt du warum es der beliebteste ist weil er so wenig gepult wird weil es dario sein lieblings pokémon ist haha wer ist dario ich weiß nicht petrafakt auf jeden fall haha du pepeg alter haha soo und pikachu wii ja ich hatte schon angst aber dann hätte ich mehr geschrien ja bei rainbow hätte ich die Kamera niedergerissen ja zerrissen alles ja aber ich näher mich denn pikachu ja pikachu ja hast du nicht auch beide hast du beide wimax ja natürlich was sollst du natürlich ja hit kapital hit brah weil der einen hit nach dem anderen droppt und ach ja mein lieber kapi ist weg aber das kennen nur die alten zuschauer die schon die alten ja ok entschuldigung leute die älter eingesessenen ja das hört sich auf jeden Fall besser an ja ok pass auf die erfahrenen meinst du nein die treuen oh pfff du meinst die treuen die den abonnierbutton gedrückt haben schon länger ja oh oh was ist klemmts ja es hat klemmt ja da war ich dachte schon von äh der riffelung weißt du ja genau von der riffelung dass es nicht abgeht ja auf jeden fall ebay cashking ist äh tatsächlich eigentlich ein gutes also ein gern gesehenes format äh zumindest bei den abonnenten weil die also meiner meinung nach mal die preise einfach in dem ach hi hallo pikachu sein bruder da nehmen wir den verkaufswert äh von einem ne jawohl wenn wir einen doppelhit haben nehmen wir einfach den verkaufswert von einem ja weil sonst Messer doof weil zwei zu verkaufen gleichzeitig ich denke das hemmt bissl ne ja und vor allem würdest du dann meins als schlechter das schlechtere verkaufen weißt du ja natürlich ey weißt du was mir gerade einfällt was denn wir haben keine abonnenten gegrüßt bitte immer noch nicht bis jetzt noch nicht ne ja was machst du jetzt ich hoffe auf dich dass der spontan ein ja mir fallen oh maritalit wimax hi hi mir fallen tausend ein ja dann hau du mal einen raus den manu apps zum beispiel den haben wir aber auch schon öfters gegrüßt ja ich wollte gerade sagen haben wir den nicht schon gegrüßt ja scarecrow fällt mir ein also fällt mir wirklich viele ein aber eigentlich müsste mir ja mal jemand grüßen den wir noch nicht gegrüßt haben wir kümmern uns gleich drum ja ja fällt jetzt nicht spontan ab nein wenn du mich damit immer überfällst das ist doch standard mittlerweile bei uns standard aber den white falcon haben wir noch nicht gegrüßt obwohl der wirklich auch immer treu kommentiert oder also grüßen wir den hi du hast jetzt durch so viele Namen gesagt wir grüßen einfach alle hi hey das könnte mal eine andere rainbow sein oder oh man oh man ja aber wieso hast du denn jetzt eine rainbow gezogen warum weil ich ebay cashkin gewinnen will natürlich warte mal ist das eine von den perfect size sleeves ne die sind die da oben glaube ich die side sleeves ach so die side sleeves oh wie die passt her wie ein ja wie ein ich muss was fürs karma machen ja aber was warst du denn hier oh man so also also schenk dir die restlichen booster ja sonst kommen wir hier nicht vorwärts ey leute das könnt ihr doch mit mir machen lassen ey das gibts nicht guck mal klotex ich zieh wirklich gute karten aber komm klurak machst halt hier wieder die cash bringer raus ne ey klurak holo reverse peter fuck den reverse also den kannst du dann ruhig zählen lassen was klurak reverse ja oh also 10er ist da 10er ist da aber wie soll ich das noch schaffen ja jetzt ist rum im remix gibt man bestimmt wieder 2,50€ ne ey echt zu kotzen da hast du gedacht mit deinem maritalin hast du einen vorgelegt ne aber hast du nicht mit mir gerechnet oh man oh man oh man oh man oh man oh man aber ne rainbow bibo hab ich gefühlt in jedem dritten pack aber nicht reversed rare ja den nicht aber bibo halt ja aber guck mal jetzt mal egal abgesehen davon dass es ein battle ist rirashi also ne amazing rare maritalin und ne rainbow schüsch noch porsche rockeiman s ja ein bisschen wein schließen wir das packen anhalten ne zu ebay cashking oder was ne den rockeiman s porsche rockeiman s jawohl habe ich schon eingetragen ohne porsche vorne dran in rüssel hab ich als marke der rockeiman s komm in die gruppe ab und nur wenn du willst also ich kann eigentlich jetzt den gang runterschalten ne aber ich kann ja nichts dafür was ich hier jetzt noch so ziehe ne oh hä den hatten wir noch nicht oder ne ist schön jo sieht nice aus very nice ja ja das ist übrigens dein letzter boost ah ne entschuldigung oh halt stopp halt stopp mein lieber es lässt sich nichts daran rütteln ja weil du heute weil ich heute ja angefangen habe die letzten paar mal hast du glaube ich ja siehste und deswegen du hast genau gewusst weil du dir die booster hinsortiert hast wie du sie willst genau so machst du es immer ja jetzt habe ich wirklich keinen bock mehr da guck mal das ist deiner guck den jetzt in rainbow oh und dann hasch ihn ausgelacht macht euch in als wäre da noch ein rainbow dabei erzähl doch kein ich glaube ja erzähl doch kein kuhmu Käse da hätte ich jetzt die übelste sch-punkte gebaut hier mit einer karte noch eben Booster vergessen. Ihr alten Faker. Oh, oh, das lässt dich nicht ruhig schlafen, gell? Da denke ich schon seit Tagen. Oh, immer ohne, ohne, ohne. Okay, Leute, drückt mir die Daumen. Ich wünsch's dir, weil... Ich kann nicht gegen Kevin verlieren. Ich hab auch was davon. Ja, das stimmt. Aber trotzdem ist jede Niederlage gegen dich ein Schmach. Natürlich, das kann ich nachvollziehen, falls mich genauso demütigt. Und vor allem, Leute, ihr wisst gar nicht, der Kevin. Der schreibt mir da noch WhatsApp und sowas. Ich hab dich besiegt. Das glaubt ihr gar nicht, aber so ist der wirklich. Und kann ich's noch rausholen? Tschüss, macht's gut. Das ist ne Holo immerhin. Holo. Warum, ey, die arme Holo muss auch eingeschliffen werden. Ich räum deinen Müll weg. Okay. Ja, also ich würde jetzt mal mich ganz, 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 ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass ich gewonnen habe. Nee, also ich beglückwünsche dich schon mal zum Sieg. Vielen Dank. Glaub da nicht dran, dass ich da noch ne Chance hab. Ich glaub auch nicht bei denen. Hits auf jeden Fall nicht. Ja. Warum ich zentriere mal. Wobei, eigentlich müsstest du ja den hier machen, ne? Ja, die Leute wissen doch, was ich gezogen hab. Die haben doch das Video geguckt. Ich sag's nur. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zusehen. Jo, dann würde ich sagen, macht's gut, mein Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.